Musik 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 Man nennt ihn auch Mini-Dobermann, Minpin oder Miniatur-Pinscher. Besonders bekannt ist der Zwerg-Pinscher aber unter dem Namen Reh-Pinscher. Da sein manchmal rot-braunes Fell und seine anmutig-zierliche Gestalt an ein Reh erinnern. Geschichte und Herkunft des Zwerg-Pinschers Einst war er ein beliebter Schoßhund vornehmer Damen. Heute ist er besonders als Familienhund gefragt. In Österreich wird er auch Rehrattler genannt. Dies deutet auf seine früheren Qualitäten als Rattenfänger hin, die er mit seinem großen Bruder, dem deutschen Pinscher, teilt. Der Zwerg-Pinscher stammt aus Deutschland. 1895 wurde durch den Kynologen Josef Bertha der erste Pinscher-Club gegründet. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts gab es parallel glatthaarige wie auch rauhaarige Exemplare des Zwerg-Pinschers. Erst mit dem Beginn der Reinzucht, welche wiederum von Josef Bertha vorgenommen wurde, kam es zur Unterscheidung zwischen Schnauzern und Pinschern. Das rauhaarige Pendant des Hundes ist heute der als eigene Rasse geführte Zwerg-Schnauzer. Erscheinungsbild des Zwerg-Pinschers Der Rasse-Standard legt eine Widerrisshöhe zwischen 25 und 30 Zentimeter fest. Das Gewicht sollte 4 bis 6 Kilogramm betragen. Der kleine, zierliche Hund erreicht ein Alter von 14 bis 15 Jahren. Beim dichten, kurzen und eng anliegenden Haarkleid ohne Unterwolle herrschen die beiden Farben Rot und Schwarz vor. Ist der Hund nur einfarbig, können die Nuancen von hellem Hirschrot über rotbraun bis dunkelrotbraun reichen. Zwei farbige Hunde haben ein lackschwarzes, glänzendes Fell mit roten oder braunen Abzeichen an Pfoten, Läufen, Brust und über den Augen. Der Körper des Zwerg-Pinschers ist quadratisch geformt und gut bemuskelt. Er hat einen eher langgestreckten Kopf mit einer flachen, faltenlosen Stirn und einem leichten, aber deutlichen Stopp. Die v-förmigen Ohren sind hoch angesetzt, seitlich abgeklappt oder aber stehend. Wesen und Charakter des Zwerg-Pinschers Der selbstbewusste, lebhafte kleine Kerl ist seinem Besitzer gegenüber treu ergeben und besonders wachsam. Auch mit anderen Hunden und Kindern verträgt sich der stets neugierige Vierbeiner gut. Auffallend ist seine relativ niedrige Reizschwelle. Dennoch lässt sich der anhängliche Zwerg-Pinscher gut erziehen und darf auch in die Hände von weniger erfahrenen Hundebesitzern gelangen. Selbst für Senioren erscheint diese Hunderasse geeignet. Vorausgesetzt, Bewegung und Beschäftigung stimmen. Auslauf und Pflege des Zwerg-Pinschers Der quirlige Kerl besitzt trotz seiner geringen Größe einen erheblichen Bewegungsdrang. Erhält er nicht genügend Auslauf, so neigt er zur Nervosität. Dogdancing, Agility und andere Hundesportarten eignen sich hervorragend für ihn. Erhält er derartige Aufgaben, so kann er durchaus in einer kleineren Stadtwohnung gehalten werden. Die Fellpflege des kleinen Stolchs ist relativ einfach und wenig zeitintensiv. Gelegentliches Abreiben mit einem speziellen Hundehandschuh genügt.